Hallo und Willkommen zu der nächsten Folge von GTA Online, zusammen mit dem Flo und dem Abgezockt. Hallo! Nicht mehr nochmal. Ich will nach Hause! Hey! Jetzt war neu in der Bühne, oder? Hey, du bist weg! Ich bin hinter dir. Ja, warte, was leckt denn? Äh, bist du dumm. So, wir machen jetzt den krassesten Stunt. Krassesten Stunt, okay. EUW. EUW. Ja, oh, feiert mir das Schild um. Ne, warte auf, warte auf, jetzt, 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 oh, der war aber heftig, oh, mein Freund. Ne, jetzt, 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 guck da. Jetzt, jetzt, oh, ich werde nicht sterben, oh, das ist ja schon mal was ganz Neues. Noll, I'm Hacker. Und Hacker noch falsch geschickt. Dickatsch. Hehehehe, loll. Jetzt stirbst du, jetzt, jetzt, jetzt. Nio, 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 nio. Haha, was? Stopp. Warte, ich komm wieder. Komm, komm, komm. Ja, bitte nicht schießen. Komm, komm. Frieden. Hör auf. Du schieß, du fährst mich eh um, ja? Du trägst du. Nein, hallo. Da hinten ist ein Gegner. Ich steig schon wieder einfach ab. Ich steig automatisch ab. Wie, lol. Mann. Ey. Der Kill war so geil, da so hart geäumt in deinem Mund. Komm, 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 komm. Wo bist du? Ja. Ach, da bist du. Der tötet dich jetzt. Warte mal. Der tötet dich? Der ist dein Geld. Tötet er dich? Ey, jetzt, bitte, Frieden. Tötet er dich? Nein, du kannst auch, du kannst fahren. Wie er nur dich umgefahren hat. Nein. Tschüss, es muss gehen. Tschüss. Genau. Das war ein Opfer, Alter. Jetzt kann ich einfach mit seinem Motorrad wegfahren. Oh, der fährt ihn um. Geil. Ja, kannst du mal bitte mit meinem Motorrad wiederkommen? Nein. Oh, leil. Hast du auf Aufnahme? Ja, natürlich. Tötet ihn. Tötet ihn. Tötet ihn. Tötet ihn. Tötet ihn, der will uns töten. Ach, der. Tötet ihn schnell. Ja, warte, ich hole die Haftbombe. Nein. So, bist du schlecht. Ich warte, du tötest. Ja, genau. Nein. Der macht da noch ein, der schießt. Ich treff den nicht. Digga, ich werde so sterben. Ich bin so weit geflogen, Alter. Nein. Ich bin nicht tot. Ich bin so weit geflogen. Ich bin auch nicht tot. Wo ist der ****? Da oben. Da oben ich sehe ihn. Ich habe ihn nicht. Der ist so schlecht. Ich tötet ihn aber auch nicht. Ich kriege ihn halt auch nicht, weil ich habe keine Ahnung mehr, wo der ist. Ach, da hinten. Hab ihn. Kill den mal. Oh. Kill den. Kill den doch, Mann. Wo ist der? Hinter uns zu pehen. Ja, der bin. Nee, doch nicht. Mach. Ah. Der schießt sich kaputt. Der schießt sich kaputt, ey. Der ist umgefallen. Komm, 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 wir holen uns den. Der ist umgefallen. Ja, ist tot. Hast du mal ein Teamwork, is f***. Über die da. Ja, ich habe das Auto in dir, warte mal. Das Geld gebraucht. Nein, du hast halt die Bohlen gekriegt. Da hinten ist er nochmal. Kill. Warte, den juckst nicht. Warte, ich hole mir das Geld. Fahr mal weg, fahr mal weg, fahr mal weg, fahr mal weg. Schnell, ich muss kurz weg. Das geht in den anderen, bei jeder anderen kann man auch Perspektive ein. Oh nein, oh mein Gott, ich fliege zum Strand. Okay, ja, danke, das war ich. Alter, guck mal, der ist, wo Tordent fliegt mit uns. Ich bin tot, ja. Du bist hier, Leute. Ja, dann fahr ich mit dir mit. Ich seh's gar nicht ein. Mit dem Flo fahr ich nicht mehr. Ey, Mann! Junge, ich habe den Koduma. Ich entscheide, was wir hier abgeht. Ich habe das Geld. Fick dich. Du bist der größte Spast, Mike, einer. Danke. Wenn du wirklich Krieg zwischen uns willst. Sorry für den Motorrad. Was? Da, was? Ja, einfach weg. Es ist wahrscheinlich, ich freut mich, die Antwort machen. Wie sieht es aus? Ja, genau. Er tritt mich einfach. Er schiebt mich öbel ab. Ja, genau. Er tritt mich einfach. Er schiebt mich öbel ab. A am steigt ein fliegt so gut sind zwei Sitzer steigt ein oder Kammer hat das eine Rückbank denn es war so klar ich wollte es sei mir nämlich jetzt schon wieder Kildler der begeistert Zustand des Wertes auf 500 Warte lassen wir liegen mir oder Ich habe keine Sterne, wo bekomme ich Sterne, verpiss dich. Ich habe keine Sterne. Dick, es steht nur da, dass du Sterne hast, oder? Lass mich einsteigen, Mike. Ich habe keine Sterne bekommen, ne? Lass mich einsteigen jetzt. Nein, 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 warte, du hast Sterne. Ja, ich komm zurück. Ich hätte dich schütten sollen. Warte, 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 warte. Was machst du? Da ist einer. Den habe ich getötet. Digga, wegen, die habe ich jetzt Sterne, ne? Ja, komm, bleib stehen. Steig doch rein, Mann! Jeder nimmt jetzt einen Helikopter und dieses Mal landen wir natürlich nicht auf dem May Spring Tower, meine Freunde, das wäre ja langweilig, sondern auf dem Zug. Mit dem Helikopter. Find erstmal einen. Das ist jetzt die Mission für heute. Und bevor, bevor wir die dann gefunden haben, sind wir eh schon tot. Du vielleicht. Außer wir sterben, ein Alterssträcher in echtes Stimmt. Alles, ja. So, Leute. Da das jetzt nicht ganz funktioniert hat, weil wir einfach zu dumm sind, ein behindertes, einen behinderten Zug zu finden, klauen wir uns jetzt einfach mal ein Jet. Für mich ist keiner da. Tja, geträgt. Wir holen uns jetzt einfach ein Jet, der Flo hat hier so einen Bunker, wir bekommen keine Sterne, das ist locker easy. Hallo, ich bin gut. Und dann machen wir damit einfach Scheiße. Ich hab Sterne. Ich hab auch Sterne. Ja, sobald mal rein einsteigt. Jetzt versuchen wir mit dem Scheißteil zu fliehen, dann machen wir ein bisschen Chaos damit, und landen dann auf dem Max Bank Tower. Wenn das alles funktioniert, möchte ich einen Daumen nach oben haben. Okay, dann halt nicht. Da ist ein Zug! Willst du mich verarschen? Landen, landen, landen. Nein! Jetzt hab ich ein Jet, jetzt landen ich. Nein! Geh weg! Wo sind denn Leute, Mann? Ich sehe keinen. Oh, oh! Alter, ich habe mich anvisiert. Ich werde anvisiert? Ja, bei mir auch. Hä, von wem? Der Typ da unten. Der Typ da unten. Ey, das ist ein richtiger Schlappart. Ich will sich ja euch grad an. Aber ich hab mich abgedrückt. Da unten sind zwei Leute, die können wir killen. Ich bin tot. Ich hab komplett die Kontrolle verloren. Ich töte die mal unten, ne? Ne, ne, lass mal. Doch doch. Ich will die killen. Ja, ja, das schaffst du eh nicht. Was heißt hier? Ja, ja! Ja, ja, heißt Leck mich am Arsch! Ah, die fahren grad weg. Mike! Ich schick ne Rakete hoch zu dir. Boom. Komm, 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 komm! Nein, Mann! Fuck, ganz knapp daneben. Das war so knapp, ne? Oh, ich hab Bullensterne Hilfe. Wo ist der Pisser? Hier, jetzt komm! Ah, ne, das sind gar nicht die. Das sind Bullen. Da hinten sind die, ne? Mann, wo kommt der jetzt her? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Das sind die, glaub ich, ne? Dicker. Ich bin nirgendwo auf meinem Label. Ich jag die grad, die Typen. Und ich bin mal wieder alleine. Ich jag die Typen, aber das ist nicht ganz so einfach. Dann hol mich ab. Wo bist du? Ja. Ja, wie soll ich dich denn abholen? Du kannst du eh nicht rein. Doch. Digga, mit dem Teil sich im Kreis zu drehen, ne? Das ist echt... Nein! Nein! Ich bin tot und kaputt. Wo? Doch, ja, da. Na, ha, ha, ha. Leicht ein, 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 gleichzeitig einsteigen nicht. Ja, hau mich rein. 3, 2, 1. Warte! Gleichzeitig dreimal, ich bin noch 10 Meter vom Jet entfernt. No problem. Frühersteller. Hä, weil ich bekomme keine. Pass auf, da steht gleich ein Panzer. Ja. Abdriften, abdriften. Ich töte ihn. Ich töte ihn auch. Habe ihn. Ich habe ihn auch. War er gerade aus? Jetzt trennst du dich schon wieder. Du bist der, wo sich trennt. Ja, weil ich hier über die Berge immer ganz gerne fliege. Ja. Jetzt macht er schon wieder... Hä? Sehr gut, Mike. Hä? Sehr gut. Alle Leute, das müsst ihr... Ich habe es auf Aufnahmen. Was denn? Gut. Dann halt nicht. So, Leute. Oh, ein kleines Verwandlungsrennen. Kennt man von uns. Mhm, ich bin ganz schön. Ich bin erster. Easy. Direkt win. Nein. Ich muss diesen Superstart machen. Oh. Oh. Oh, Alter. Ich hatte einen richtig schlechten Start. Wow. Meiner war so krass. Flo. Nein. Geh doch. Geh nach Hause. Hä? Wie, wie? Warum... Oh mein Gott. Oh. Oh. Weil ich jetzt gleich letzter bin. Wahrscheinlich bei einem schlechten Start, ähm. Oh, Mann. Aber ich bin gut im Flugzeug. Tschüss. Ihr Narren. Oh mein Gott. Oh, Junge. Oh, Junge. Hör doch auf. Wahrscheinlich ich alle, wenn du mir... Ja, natürlich ich du. Er fährt mir von hinten rein, weißt. Immer du. Hi, ich bin in dir. Ich bin auch in dir. Wir können uns dadurch nicht wegnehmen. Was seid ihr für Gaylords, alle? Und wir müssen kuscheln. Ja, wie geil. Wir sind die ganze Zeit hintereinander. Dega. Was? Ich bin dritter? Wie kann das sein? Ich bin zweiter. Wie kann ich erster sein? Du bist doch vor uns allen. Ja, jetzt bin ich auch erster. Hä? Ja, jetzt bin ich wieder dritter. Na, 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 na. Ja, ja, sind wir auch. Oh shit. Nein. Ich fäll, ich fäll. Ich fäll. Ich fäll. Ich fäll. Ich fäll. Oh mein Gott. Ich bin so letzter. Oh nein. Nein! Ich bin so blöd, ne? Ich auch. Ich hab auf dich geguckt. Ich wollte dich kicken. Ich hab voll auf dich geguckt. Ja. Ihr seid so löschen. Ich guck die ganze Zeit auf den Floh und denk mir so. Komm, Alter, komm. Ich muss den kicken. Und hab gar nicht gedacht, dass da so eine Kurve kommt. Boah, ich fäll jetzt als erster so langsam. Ihr werdet so schnell sein jetzt. Außer wenn ihr euch keinen Windschatten gebt. Dann. Komm, gib mir einen Windschatten, Floh. Danke. Boah, ich bin so langsam. Nein! Ja! Nein, Hilfe! Ja, Mann, Mann. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Alter. Ey, wir haben uns so ungefähr 10 Sekunden hin und her bewegt. Ah, ich fahre verkehrt rum. Das war's für ein Fail. Komm, geh mit dem Windschatten. Alter, ich check's. Junge. Ich mein, du gewinnst ja immer, ne. Also von daher. Hä, ich bin voll langsam, grad. Ja, eben. Du sagst grad voll hart. Alter, was denn der? Digga. Was ist das? Ich bin der der langsam ist, weil ich erstes... Lalalalalala, ich back, ich back, ich back, ich back. Alter, das ist so ein Scheißrennen. Digga, was ist das? Ich bin der der langsam ist, weil ich erstes... Lalalalalala, ich back, ich back, ich back, ich back. Aufm Kopf, wo man gar keinen Plan hat, irgendwie. Ich hab grad übel in der Röhre gebackt. In der Röhre. Ja. Ich werd zu verkehren. Nur eine Runde oder mehrere Runden? Ich weiß es nicht, normal nur eine. Nee, das ist bei den meisten Standard 2. Ja, aber das ist ne lange, ich glaub das ist nur eine. Nee, nee. Vertrau mir. Weiß ich bin Horsten, weiß nicht darüber Bescheid, aber vertrau mir. Da unten gibt's nen Boost. Aber ich fly mal lieber safe. Ja, ich hab den auch nicht genommen. Ich nehm ihn. Ich hab's mich nicht getraut. Ich nehm ihn. Du willst noch weiter den Nordern, Michi? Ja, entweder das oder weiter nach vorne. Ich krieg ihn. Hast du ihn? Ja, ich hab ihn mitgenommen. Kann ich mal hier Jan aufholen? Nein! Ich hab nen Unfall. Nicht schnell. Ich werd euch nie mehr aufholen. Ich hab so nen Unfall gebaut. Ich hab nichts mehr gesehen. Nach dem Flugzeug. Boah, ich seh dich wieder. Du, das ist so krass wie langsam man als erster ist. Nach dem Wechsel vom Flugzeug auf Auto hab ich nichts mehr gesehen. Bin übel aufm Rücken gewesen. Du bist fast schon da. Du kannst gleich mit mir kämpfen. Mann. Ja, der Flo, nicht ich. Jaja, sag ich ja. Ich bin so weit weg. Und dann kommt Mike auch noch ran, wenn wir gleich kämpfen. Oh Mann. Ja, das find ich gut. Und dann bin ich am Ende letzter. Nein. Äh ne, ich bin so weit weg. Das wird nichts mehr. Doch, doch. Also aussehe, ihr kickt euch jetzt wirklich so weg, dass ihr beide von der Map fliegt. Ich bin falsch rum. Ich bin falsch rum. Ich bin tot. Jaja, komm 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 komm. Er ist nicht tot. Lügner. Oh Gott. Aber ich kick dich jetzt weg. Ich kick dich jetzt weg so hart. Komm bitte, macht irgendwas. Nein. Nein. Wir haben uns beide weggekickt. Wir sind beide runtergefallen. Ja. Wie, 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 wie. Ich seh schon wieder nichts. Ganz oben. Äh, Mike hat uns aufgeholt. Wir spawnen nicht neu. Echt jetzt? Y. Ganz oben. Als ob. Ich seh nichts mehr. Ich bin erster. Ich bin erster. Ich bin erster. Mann. Wir standen da jetzt grad ne Minute rum und... Oh man. Ja, ich weiß nur auf der Statur leider. Ich konnte dir nicht helfen. Ja, Mike, weißt du was passiert ist? Nee. Er ist so rückwärts gelandet. So, schlittert voll. Ich kick halt voll rein in die Seite, ne. Und dann fallen wir beide runter. Ja, davon hab ich gehofft, dass ihr euch so kickt, dass ihr beide so... Ja, so hundert bin ich, Mike. Ah. Hallo. Ja, du willst mir das Money schenken. Ist da... Da ist das Ziel. Als ob. Da ist das Ziel. Ich bin tatsächlich erster. Das ist so ein Scherz. Gerade gesagt, dass ich letzter werde und dann werde ich letzter. Und ich war so weit weg, ne. Ich hab das nicht mal... Ich war so lang erster. Und dann so ne Kacke. Ähm. Das war eben... Ich will nicht spoilen, aber guckt euch letzte Folge einfach an. Das war ähnlich. Aber mit mir halt, ne? Hä? Hä? Ähm. Die... Ich muss jetzt kurz weg, ne? Warum? So los. Daumen hoch fürs Video, wer es noch nicht gegeben hat. Hier natürlich machen wir. Na, ich start ganz hinten. Und willkommen zurück. Alter. Sieht so kacke aus. So unerhört. Alter, warum quatsch ich mich? Nein, Spaß. So. Na, du gern. Ich bin wieder erster. Habe aber keinen guten Start hingelegt. Kann man mal machen. Es reicht mir jetzt schon. Ja, kämpf dir da hinten bitte. Ja, ich boxe ich so weg jetzt. Nein, ne. Junge, wie Gami hast du das letzte Rende gewonnen, weißt du? Loll, was ist denn? Alter, was war jetzt? Du bist so undankbar, ne? Verdient mich. Was für verdient? Nee, nee, nee. Er hat das Rennen nur gewonnen, weil ich die Taste nicht wusste. Nein, nein. Ich habe ihn ja auch nicht mehr aufgeholt. Und ich habe ja gleich die Taste gedrückt. Aua. Ja, ich hätte es gepackt. Tja. Ich bin einfach zu gut für euch. Ja, lol. Was macht ihr denn? Alter, war das knapp, ey. Alter. Alles klar. Warum spawnst du mal hier? Nein, 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 nein. Ja. Ist... Nein, ich explodier wahrscheinlich auch. Ne, okay, nicht. Aber ich bin am Rücken wieder. Ey, du spawnst. Ich fahr rückwärts ins Ziel gerade. Du spawnst komplett. Also, nicht ins Ziel, aber... Ne, geh weg! Jetzt bin ich einfach wieder letzter. Ich habe mich wieder gebraut. Bitte, bitte. Geh doch nach Hause. Bitte rafft nichts. Bitte kickt euch weg. Ich raff's eh nicht. Ich habe vorhin auch schon den Checkpoint verpasst. Ich bin so komplett unter Wasser. Jetzt bin ich dritter. Alles klar. Jetzt bin ich der erster. Ich bin einfach dritter. Hey, du bist so schnell nach vorne gekommen. Ich? Ja. Ich flieg schlau. Ich flieg komplett, äh... Ich bin halt nah an die Röhre lang geflogen, deswegen bin ich schnell. Ich bin der beste Flieger EUW. Bra! Ich bin gut mit dem Jet-Ski. Nein, bist du nicht. Geh weg, bitte kickt euch. Halt irgendwie runter. Ah, ihr raffst es wieder mit ihm nicht. Ja, das ist das Problem. Jan, du musst das machen wie ich, weil ich habe es gerade vorhin auch First-Try geschafft, obwohl ich es nicht ausfahren kann. Ey, Jan, du musst Knüppel drücken. Dann rechnen. Welchen linken? Ja, rechnen. Was muss ich denn rücken? Weiß ich doch nicht. Ah, ne, doch nicht rechnen. Du musst eh drücken, Mike. Ich habe keine Ahnung. Eh, eh, eh. Ja, ich mache es ohne. Keine Ahnung. Ich habe es geschafft. Ich habe es ohne geschafft. Hupen eh. Schon wieder. Ja, ist egal. Ich bin da oben gespawnt, sehr gut. Oh, das volleste Ziel. Ja, nein, erster. Erster. Ja, ficken, Mann. Nach einem kurzen Schock. Nach einem kurzen Schock. Mann, bei mir, das Ding ist verbarkt. Ich schwöre. Ich habe auch keine Ahnung. Ich kann es auch nicht ausfahren. Ich weiß noch nicht wie. E. Ja, Mann. Habe ich schon gehört, aber ich heiße es trotzdem nicht. Weil es nicht funktioniert hat gerade. Ich habe echt X, E, alles habe ich gesehen. Außer F. Oh, yeah, cool, Manni. Level 92. Wow. Erhöht. Mein Gesicht, Alter. Ja, das ist. Deswegen habe ich eine Ferne gemacht. Das ist so traurig. Und das war in Richtung. Also guckt so wie ich gucke. Sag mal. Du bist doch echt Stress, oder? Nein. Junge, ich habe dir nichts getan. Lass mich. Lass dich in Ruhe. Ich box dich so weg. Internet Crash gleich. Junge, mein Internet Crash, ne? Das ist mir bewusst. Ja, okay. Komm, hör auf. Nein. Nicht mit ner Haftbombe, mein Freund. Nicht so. Hör auf. Wenn du mich tötest, ne? Mein Internet Crash. Wir machen jetzt abmod. Ey. Abmod jetzt. Im Gef... Ey, du bist doch so... Ne. Das glaube ich dir nicht, ne. So, Leute. Das war es von diesem absolut krassen Part. Ich würde sagen, schaut auf jeden Fall mal beim Abgezockt vorbei. Lasst eine Wettung da. Wenn es euch gefallen hat, haut rein. Bis dahin. Und... Fick! Tschüss. Ciao! Ciao! Untertitelung. BR 2018